Hallo zusammen, hier spricht Rain. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr in Cinema 4D Blitze und Lichtbögen erstellen könnt. Es gab früher einen Plugin namens Bolt, der genau das, was ich euch hier zeigen möchte, ebenfalls konnte und uns einige Schritte erspart hätte. Leider scheint es diesen Plugin nicht mehr zu geben. Alles, was ich gefunden habe, waren tote Dropbox-Links. Glücklicherweise führen viele Wege nach Rom. Wir nutzen hier einfach einen anderen Plugin, der noch verfügbar ist, genannt Spline Noise Deformer. Zuvor ein paar Hinweise. Erstens, ich habe meine Cinema 4D-Version auf Englisch gestellt, werde euch die Begriffe jedoch wie immer auf Deutsch und Englisch nennen. Zweitens, um diesem Tutorial 1 zu 1 folgen zu können, benötigt ihr die MoGraph-Funktionalität, welche nur in den Broadcast- und Studio-Editionen von Cinema 4D vorhanden ist. Falls euch die MoGraph-Funktionalität nicht zur Verfügung steht, könnt ihr diesem Tutorial trotzdem folgen. Ihr könnt nur keine dynamischen Splines erstellen, wie ich es hier zeige. Dann wollen wir mal. Geht zunächst auf die folgende Webseite und ladet euch das für eure Version passende Paket herunter. Wie ihr seht, ist die Auswahl ziemlich groß. Alle Versionen von 9.6 bis 19 sind abgedeckt. Leider sind die Plugins standardmäßig mit R20 und höher nicht kompatibel, da Maxon das Framework und die API massiv verändert hat. Wie man oben lesen kann, ist es wohl nicht sehr wahrscheinlich, dass es neuere Versionen von diesen Plugins geben wird. Wir finden hier allerdings einen Link zu einer kostenlosen Bridge, die weiterhilft. Das funktioniert zwar nicht mit allen Plugins, aber den Spline Noise Deformer kann man damit verwenden. Nachdem ihr das Paket heruntergeladen habt, öffnet es und kopiert den Spline Noise Deformer Plugin in das Plugins-Verzeichnis eurer Cinema 4D-Installation. Nun ist alles bereit. Startet jetzt Cinema 4D. Um einen Blitz- oder Lichtbogen zwischen zwei Objekten zu erzeugen, gehen wir folgendermaßen vor. Zunächst erstellen wir zwei Null-Objekte, positionieren die in einigen Abstand zueinander und nennen sie A und B. die Namen sind eigentlich irrelevant, es geht nur darum, dass sie eindeutig sind. Als nächstes erstellen wir einen MoGraph Tracer. Wir wählen dann das Tracer-Objekt aus und ziehen beide Null-Objekte in das Trace-Link- oder Tracer-Verbindung-Feld. Wählt dann bei Tracing-Mode, Connect All Objects, Trace-Modus, alle Objekte verbinden aus. Jetzt haben wir einen Spline zwischen beiden Null-Objekten erstellt. Wenn wir jetzt eines der Null-Objekte bewegen, sehen wir, dass das Spline ebenfalls mitläuft. Der Tracer verbindet immer diese beiden Objekte, egal wo sich diese beiden Objekte räumlich zueinander befinden. Das ist der Teil, für den ihr MoGraph braucht. Den Rest könnt ihr ganz normal mit jedem x-beliebigen Spline machen, das ihr zum Beispiel über das Pen-Tool erstellt habt. Ich zeige euch das Ganze jetzt anhand eines geraden oder linearen Splines. Ihr könnt das aber auch mit einem gebogenen Spline machen. Grundsätzlich können Lichtbögen ja auch gebogen sein. Stellt aber immer sicher, dass bei Intermediate Points uniform Zwischenpunkte gleichmäßig eingestellt ist. Denn hier legen wir fest, wie viele Knacke und Zicke, Zacken und Knicke unser Blitz haben wird. Je höher der bei Number oder Anzahl eingestellte Wert, desto zackiger wird es. Das stellen wir aber nachher ein. Jetzt können wir noch keinen Unterschied sehen. Jetzt kommt erstmal der Moment unseres Spline Noise Deformers und den finden wir unter Plugins. Wir schieben ihn in den Tracer, er muss ein Unterobjekt desselben sein, und sehen jetzt schon, dass die Linie auf einmal nicht mehr gerade ist. Schauen wir uns jetzt mal die relevanten Einstellungen des Deformers an. Die sind übrigens immer auf Englisch, es gibt hier wohl keine deutsche Übersetzung. Strength gibt die Amplitude unseres Blitzes an. Je höher der Wert, desto stärker die Ausschläge. In diesem Moment sollten wir vielleicht hergehen und die Anzahl der Punkte in unserem Spline etwas erhöhen, damit wir hier ein bisschen mehr sehen können. Ich stelle sie jetzt mal auf 36. Das sollte für unsere Zwecke ausreichen. Zurück im neuesten Formal haben wir jetzt hier die Option Use Strength Spline. Damit können wir festlegen, an welcher Stelle unseres Blitzes stärker oder weniger stark ausgeschlagen wird. Standardmäßig ist diese Kurve eingestellt, die zum Anfang und Ende absackt. Das ist recht praktisch, denn so können wir dafür sorgen, dass die Anfangs- und Endpunkte unseres Blitzes nicht umherwandern. Auch Animate und Speed sind relevant. Wenn Animate aktiviert ist, ändert sich der Blitz mit der Zeit. Mit Speed könnt ihr einstellen, wie schnell es sich verändert. Was die restlichen Einstellungen betrifft, hier probiert ihr am besten selbst herum und findet raus, wie sie euren Blitz beeinflussen. Das Spline, was wir hier erschaffen haben, ist quasi das Grundgerüst unseres Blitzes. Die einfachste Möglichkeit, das Ganze zu verwenden, wäre jetzt über ein Sweep-Nobs oder Sweep-Objekt. Wir erstellen noch ein Kreisobjekt, schieben den Tracer und das Kreisobjekt in den Sweep. Der Kreis muss in der Hierarchie natürlich überhalb des Tracers liegen. Gut, den sollten wir vielleicht etwas verkleinern, sagen wir mal 10. Okay, 5. Dann haben wir im Prinzip das Modell eines Blitzes oder Lichtbogens. Jetzt könnte man noch ein Material mit Luminiszenz und Glühen erstellen und das Ganze über einen richtigen Blitz aussehen lassen. Mehr steckt nicht dahinter. Hier noch ein paar Tipps. Wenn ihr mehrere Blitze erzeugt, stellt sicher, dass eure Start- und Endpunkte unterschiedliche Namen haben. Gibt es zwei Punkte namens A, kann das zu Verwirrungen kommen. Cinema 4D wäre es zwar relativ egal, da die Objekte interne IDs haben, an denen er sich orientiert, aber ihr könnt sie verwechseln. Wenn ihr den Tracer verwendet, müssen eure Start- und Endpunkte nicht stillstehen. Bedenkt, dass die Start- und Endpunkte eures Blitzes gleichzeitig den Seed des Deformers darstellen. Sobald ihr einen davon bewegt, verändert sich der Blitz. Ist der Blitz außerdem noch animiert, addiert sich das? Wenn ihr etwas anderes als Nullobjekte verwendet, würde er jeden einzelnen Punkt in euren Objekten entsprechend verbinden. Das Ergebnis kann recht interessant aussehen, aber vielleicht wollt ihr das ja auch. Ihr könnt mehr als einen Deformer in meinem Tracer platzieren. Hier habe ich einen mit einer kleinen Neueskalierung und einen mit einer großen platziert. Das Ergebnis ist ein Blitz, der sich zusätzlich zu winden scheint. Und das war's. Jetzt wisst ihr, wie ihr einen Blitz oder Lichtbogen erzeugen könnt. Wie üblich ist das natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Spielt mit den Einstellungen, findet raus, was ihr damit anstellen könnt. Und habt Spaß damit. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch ein Abo da. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Ray. Bis zum nächsten Mal.